ja moin heute bin ich hier in heuleben groß schanze oder große schanze das liegt hier an der autobahn schieß mich tot warte mal steht das vielleicht hier irgendwo errichtet beiderseits der 143 ok so wir haben hier west das von 90 jede menge 21 stück um genau zu sagen 21 stück von 2012 betreiber ist motos steht auch dran ich zeige es gleich alle mal sagt so wenn notos energy terawatt planungsgesellschaft und dann haben wir noch 17g wind energy 15 sl 17 stück habt ihr schon gezählt also das stimmt auch der windpark ist auch bekannt und ich war heute mal in halle hier also der ist hier gleich an halle gelegen der windpark und sagte mir wenn du eh mal hier einen termin hast guckst du mal was hier alles am windpark ist und hab ich den hier gleich gesehen weil hier war ich noch nie gewesen und dachte gut fährst du mal hin da siehst du eine von 90 mit der schönen spitzen nase die v 112 hat so eine richtig schöne runde aber hier sind alles von 90 also ich kenne ja auch keinen windpark wo nur von 90 steht und das 21 stück so ja da ist der top cooler drauf oder spoiler oder quite streamer oder quit streamer keine ahnung wie man es jetzt ausspricht ja denke mal man erkennt ja davon stehen 21 stück hier in windpark leider ich die drohne jetzt nicht mit weil wo ich losgefahren bin war das übelst neblig und eigentlich haben sie auch angesagt dreck wetter aber wie sie da hinten siehst du hier dass das kohlekraftwerk wird es ist nicht jeden fall siehst ja was da rauskommen war was das für wolken macht heftig da kann auch schöne bilder machen erneuerbare energien gegen ja kohlekraftwerk oder was auch immer da hergestellt wird ja ich stehe hier unter einer westers vor 90 gedrudelt leicht ja heute habe ich ein bisschen pech der wind ist nicht so dolle aber gut ich bin froh dass ich es verbinden konnte wenn man einmal hierher fährt nach leipzig nicht leipzig nach halle gut leipzig ist ja auch gleich um die steige da dachte ich mir okay das sind acht kilometer jetzt gewesen die ich noch extra fahren musste das kann man mal machen ja zu diesen tucker anlagen oder g energy anlagen es gibt ja diese 1 5 also tw 1 5 ganz normalen die die uranlagen quasi dann gibt es die mit s mit 70 meter haben die rotodurchmesser so wie die hier und in bockelwitz stehen ja zehn anlagen von tacke einmal die 1 5 war i und einmal die 1 5 war es aber es hat eine ganz seltene mischung zwischen s und i mit 65 meter rotodurchmesser also die gibt es wirklich ganz selten das ist eigentlich eine rarität habe ich auch noch so noch nie gesehen ja und die stehen halt im bockelwitz und drehen sich noch fröhlich lang hin also 3i und dann die normalen 1 5 war das sind die allerersten mit diesen neueren gondel design wie es jetzt hier steht quasi nur halt die haben rotodurchmesser von 65 meter davon von den tacke gab so früher welche die 1 5 war für offshore also die auf dem wasser standen die hatten auch 65 meter rotodurchmesser ja da habe ich gesucht und gesucht und ganz ganz früher hat mir noch ein kollege geschrieben gab es noch die tacke 1 5 war p das war eine mit doppelstöckigen doppelstöckigen gehäuse das maschinenhaus die war wohl so scheiße die haben sie wieder abgebot also noch größer quasi maschinenhaus als die i was auch schon sehr groß ist ja man erfährt ein bisschen was dann zufällig zufällig hat mich ich glaube neo plan oder neo irgendwie sowas du weißt wenn du das video siehst finde ich meine bestimmt grüße ihn raus und danke für die info noch mal ja mein kollege der andere der hat jemanden von tacke also der die tacke anlagen halt der sich da halt mehr auskennt der hat mir das hat geschrieben dann dass das echt exoten sind die mit 65 meter rotodurchmesser das sieht man auch an den flügeln an dass sie alle dieselben rotodurchmesser haben wie die i so bei niss sind die westas v 90 registriert 105 meter namenhöhe sind sie haben 2000 kw 90 meter rotodurchmesser ja ein bisschen drehen sie sich ja hier da hinten ist der nächste windpark ich weiß jetzt nicht wie er heißt vielleicht fahr ich gleich noch mal hin mal gucken da steht nämlich auch eno habe ich gesehen und westas 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 ja da ist westas und da ganz hinten das sieht aus wie eno das ist eno und da ist ja noch ein kleines windrad da cool wo steht da noch noch mal westas ja vielleicht fahr ich da gleich mal hin wenn ich einmal hier bin leider drehen sie sich jetzt nicht aber gut man kann nicht alles haben war halt mal ein kurzer einblick in diesen windpark hier große chance wohl leben ich war ja noch nie gewesen und dachte okay den musste mal schnell filmen und dann ist gut ich gehe noch mal rum hier damit man alles sieht ich hoffe ich habe keine daten vergessen jetzt hier irgendwas zu erzählen aber wie gesagt ihr könnt doch selber googeln da steht es ja auch drinnen ich fahr ja hier auch nie lang deswegen jetzt habe ich den noch nie gesehen den windpark da hinten fährt zum beispiel das notus emblem oder logo haben sie nicht überall drauf geklatscht ja gut dann renne hon ja moin heute ist der 19.12.2020 ich bin hier mal wieder in holleben große schanze ich war hier wann war ich denn hier heute ist samstag ich glaube am mittwoch war ich hier da standen die tacke alle still haben sie nicht geredet oder die anlagen jetzt drehen sie sich und die west das auch den mittwoch war ich ja die videos ich weiß nicht ob ihr die dann schon passiert oder ob ich das zusammenschneide keine ahnung ich war dann noch in wandsleben am see da hinten da sieht man die westes 136 mit der namen höhe da war ich auch gewesen und ich will dann noch weiter heute mal nach esberstedt obhausen glaube heißt es ich weiß nicht ob man da jetzt was sieht wenn ich jetzt noch weiter nach hinten zoome ich glaube ja da hinten sind sie die vor 90 da stehen halt auch ich glaube 72 anlagen hat dieser park also sind mehrere gemeinden oder dörfer da stehen auch vorländer fl 2500 glaube ich war es ja genau vorländer ja den besuche ich heute mal den park in wandsleben werde ich vielleicht auch noch mal anhalten drohne habe ich halt auch mit hier fliege ich jetzt noch nicht weil ich kenne ja die anlagen wo ich vielleicht fliege jetzt noch mal in wandsleben dann mal gucken wo es sich ergibt ja das ist halt Bombe muss ich nochmal ausnutzen ja hier sind in holleben also große schanze was waren es 19 tacke tacke quatsch ich habe es mit tacke heute 19 g energy 15 sl 19 stück haben wir und dann haben wir noch warte mal 21 westas v 90 mit 2000 kW die stehen da hinten von motors energy ja eigentlich wollte ich heute mal mein stativ auspacken mal wieder habe ich auch mit das problem ist dieser schuh der unter der kamera geschraubt wird den habe ich leider nicht mit der ist an meiner alten kamera die habe ich natürlich auch nicht mit das ist natürlich blöd aber gut ich versuche die hand ruhig zu halten hier ja ich stehe selber jetzt unter energy da ist er ja mal gucken was ich mit dem video jetzt hier ich denke mal das ist jetzt nur ein kurzes das werde ich vielleicht noch in das alte von mittwoch reinschneiden denke ich mal werde ich ja sehen dann wie ich es mache das ist aber auch ein schöner park hier das ist bei Halle herrlich aber frucht ist es trotzdem man kann nicht alles haben so geht es tja eigentlich sollte das schon mal gewesen sein von dem windpark ich will nämlich weiter wie gesagt ich war erst hier da stand ich da drüben an einer V90 ich glaube an die da und von da aus habe ich ja den Windpark in Bandsleben am See entdeckt doch ich kann ja noch mal hinsuchen fit mit den großen 166ern geil also 166 Meter da haben wir die beiden das ist das V136 da haben wir so hier sieht man nochmal die V90 hier stand ich an der wo die Strohballen liegen jo weiter gehts zum nächsten Windblock ne wie gesagt ich schneide das denke ich mal zusammen weil das ist jetzt hier zu wenig Material was ich jetzt hier gefilmt habe aber ihr seht jetzt wenigstens nochmal wo es sich dreht letztes Mal starten sie alle still oder fast alle jo und nun gehts weiter so ich bin jetzt hier nochmal in Holleem große Schanze und jetzt sieht man mal die Vestas V90 und die G-Energy 1.5er SL bei dunkelheit hier sieht man noch ein bisschen besser hier ist noch schön hell da hinten sieht das nicht schick aus dann kann ich den Windpark nochmal dunkel zeigen das ist doch super und die Kamera gleich mal testen wie gut sie arbeitet das ist schon geil das ist schon geil und dann kommt dann noch wieder wie heißt es wo ich vorhin war Wanns Leben am See oh ey ich werde es mir nicht so richtig merken aber ist egal ihr wisst was ich meine da hinten da war ich vorhin bei den 136 entstand die vorhin noch also besser gesagt bei den 112ern ja jetzt ein bisschen tiefer ist noch ein bisschen ruhiger mit der Hand hier es ist kalt man zittert auch so ein bisschen ja da hinten blinkt ja auch alles ey Wahnsinn sieht man das hier aber krass ich stehe selbst jetzt hier unter einer Enron Quatsch nicht Enron G Geil Naja hier hat sie ein bisschen zu tun jetzt klar das ist so viel das dreht sich es blinkt es ist dunkel es ist schon so ist schon geil du siehst die Sterne sogar man kann nicht meckern ähm ich sag mal wenn ich mehr will brauche ich eine Spiegelreflexkamera aber mir reicht das muss ich sagen weil mit Spiegelreflex ja da ist halt auch wieder mit Einstellungen und dies das da kann ich mich jetzt nicht so gut aus ich habe selbst jetzt bei der Kamera hier Automatik und dann ist gut weil die hat auch so viel Einstellungen ähm ne ich will nicht ewig rumspielen ich will hier gleich arbeiten können und das ist gut schön heftig ja da hat man noch mal ein paar schöne Nachtaufnahmen hier wunderbar am Mond so bin ich mal hoch das sieht schon geil aus die kann schon was die Kamera richtig cool tja ich mache noch ein paar schicke Bilder und dann war es das ja auch von Hollleben große Schanze ich hoffe es hat gefallen ein Däumchen wäre ein Träumchen hab ich lange nicht gesagt ne ha ja Jutti Knutti dann bis zum nächsten Mal lasst es euch gut gehen bis dann ciao ciao assalueg gönn